Liebe Freunde, wie viele unter euch, so habe auch ich einen Account bei Facebook und dort, dazu ist man ja dort auch eine Freundin, mit der ich ab und zu mal ein wenig quatsche. Viel öfter allerdings den Links folge, welche sie dort postet. Das ist dann wie bei Hermann Hesses magischem Theater aus dessen Roman der Stimme Wolf. Da schaut man dann hinter die erste, die einem unterkommt, hinein und wenn einem gefällt, was man vorfindet, verweilt man. Nur nicht, dann nicht. Dieser Tage bin ich wieder einmal einem solchen Link gefolgt und an einer Stelle rausgekommen, die ich wirklich nur schlechten Gewissens euch hätte vorenthalten können. Aber hört und urteilt selbst. Die Geschichte beginnt mit einem Foto, etwa so wie dieses. Doch das ist eigentlich nicht wichtig. Interessant ist die damit verknüpfte Geschichte. Eine Versicherungsnehmerin hatte einen Sturmschaden zu beklagen. Doch hatte sie auch Glück im Unglück und war stolze Inhaberin einer entsprechenden Versicherung. So reichte sie bei dieser jener Welcher den entstandenen Schaden ein und schwuppdiwupp glaubte sie, das Problem damit erledigt. Ich will euch jetzt kein Plädoyer gegen Versicherungen halten, aber, ihr wisst ja selbst, eine Versicherung wäre keine Versicherung, hätte sie im Zahlungsfalle nicht erst einmal einige Fragen. Nun handelt es sich bei dem Schaden, wie gesagt, um einen Sturmschaden, also nicht unbedingt auf einen auf den Familienkreis beschränktes Drama, von dem erwartungsgemäß zu erwarten ist, dass die Ursachen hier offen zu Tage liegen. Der Versicherungsnehmerin aber ging in der Folge ein Schreiben ihrer Versicherung zu, doch bitte erklärend tätig sein zu wollen, wie es zu dem beklagten Schaden gekommen sei. Ach, ein Aufsatz, meine Freunde. Wem unter euch würde da nicht zunächst der rhetorische Hut hochgehen? Die Versicherungsnehmerin verwandelte ihr Erstaunen in Kreativität und antwortete mit dem folgenden Brieflein an ihrer Versicherung. Viel Vergnügen! Sehr geehrte Damen und Herren, Sie fordern eine Begründung, wie es dazu kam, dass mein Zaun von einem Sturm zerstört worden ist. Nach anfänglicher Ratlosigkeit, was man da wohl schreiben soll, ich dennoch gezwungen bin zu antworten, um meine Pflichten als Versicherungsnehmerin nachzukommen, trage ich ordnungsgemäß vor. Die Sonne wärmt die Luft weltweit unterschiedlich. Wo sie senkrecht auf die Erde trifft, das Komplikator wärmt sie stärker als da, wo sie schräg auftrifft, Nord- oder Südpol. Und über Land wärmt sie stärker als über dem Meer. Aufgewärmte Luft dehnt sich aus, der Luftdruck wird an diesen Stellen höher. Man nennt das Hochs. An kühleren Stellen bleibt der Luftdruck niedrig. Sogenannte Tiefs. Die Luft versucht, diese Druckunterschiede wieder auszugleichen. Sie strömt von Gebieten mit hohem Luftdruck in Gebiete mit niedrigem Luftdruck. Je größer die Druckunterschiede sind, umso schneller bewegt sich die Luft. Mit 6 Stundenkilometern nennt man das Wind. Ab 75 Stundenkilometern nennt man diese Bewegung Sturm. Ab 118 Kilometer Orkan. So schnell ist die Luft aber nur bei extremen Druckunterschieden. Ein solcher Druckunterschied lag am Schadenstag über Deutschland vor. Zur Unglückszeit passierte die schnelle Luft den Großraum Hessen, wobei sie auch an diesem Ort XY und an meinem Haus vorbeikam. Da mein Haus der schnellen Luft im Weg stand, sollte es weggepustet werden. Das jedoch ließ mein treuer Zaun nicht zu. Um das Haus zu schützen, hat sich mein armer Zaun mit aller Kraft gegen die schnelle Luft gestemmt. Es gelang ihnen zunächst, sich und das Haus erfolgreich zu verteidigen, sodass die schnelle Luft gezwungen war, den Weg durch das Nachbarhaus zu nehmen. Als aber das große Dach des Nachbarhauses in einem Stück vorbeigeflogen kam, was nur in sehr seltenen Fällen vorkommt, muss mein Zaun erschrocken oder zumindest kurz abgelenkt gewesen sein. Die schnelle Luft hat ihre Chance sofort genutzt und meinen treuen Zaun heimtückisch niedergedrückt. Der Held brach zusammen und starb noch am Boden liegend vor dem Haus, welches er jedoch immerhin erfolgreich beschützt hatte. Das ist nach meiner Ansicht der Vorgang, so wie er sich real zugetragen hat. Es könnte jedoch auch weniger dramatisch gewesen sein und der Fall ist als ganz gewöhnlicher Sturmschaden zu behandeln, dem nichts hinzuzufügen ist, außer, dass an dem Tage in der Ortschaft XY, wie in ganz Deutschland, Sturm war. Sollte ein weiterer Vortrag notwendig sein, Zeugenaussagen begehrt oder Ihre Ansicht nach eine Obduktion des Taunus erforderlich sein, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Größen. Was ich noch hinzuzufügen hätte, wäre eigentlich nur noch, dass ich die Namen, die in diesem Zusammenhang auch den Weg zu meiner Kenntnis fanden, hier aus Daten- und Persönlichkeitsschutzrechtlichen Gründen nicht genannt habe. Doch der Vorgang ist authentisch und überprüfbar. Ich hoffe, es hat Euch ein bisschen Vergnügen bereitet und Ihr habt für Euren nächsten Fall der Fälle eine Anregung bekommen. Stets Euer Aber halt, das ist eine ganz andere Geschichte. Tschüss.